Was machen Sie hier bei der Linux-Message? Ich reflektiere die Firma Valaris, wir machen Voice over IP-Endgeräte und vertreten hier. Und was für welche Voice over Internet-Structural-Geräte kann man sehen? Auf SIP-Basis, das sind eben die Endgeräte, die hier stehen und die vertreiben wir. Haben Sie irgendwelche Ziele für die nächsten Jahre? Ja, uns weiterzuentwickeln und faire Applikationen dazu zu präsentieren. Danke für das Interview. Tschüss.